hallo und willkommen zurück wie kann ich das ändern muss ich vielleicht als lagerfeuer eine neue kunstzelle wir haben hier nicht irgendwo ein lager wo wir uns ausruhen konnten hier konnte ich ja nichts drin machen hier war ja nur irgendwas muss das ja irgendwie aus dem weg räumen irgendwas irgendwie muss ich das auch aus dem weg räumen können was war das was passiert wenn ich dir jetzt folge okay hier geht es so dahin was war das moment wir haben nestrituale abgeschlossen okay da ist das rettierungspunkt bin ich vielleicht noch gar nicht in der lage hinzugehen tal des lebensreichs wenn ich jetzt dass ich die karte müsste denn hier bringen es einfach mal den weg vielleicht kann ich das einfach noch gar nicht so wo befinde ich mich jetzt hier die karte nicht einfach so aufrufen wir gehen jetzt einfach mal nach da vielleicht kann ich da einfach noch gar nicht hin okay vielleicht kann ich da noch gar nicht hin weil mir einfach noch die möglichkeiten fehlen was ist man hier da bin ich mich gerade erschrocken wer bist denn du kann ich dir in den kopf schießen dunkel wie ein bärenarsch okay jetzt mal hier rein ich brauche auch noch mehr und Warte. Warte. Heinein. Nix Zicker. Du wirst hier nicht rumzickern. weg. Hier, du kannst aufheben. Okay. Kann ich auch was machen? Ja, ein Wolf hat Wolle dabei. Was gibt's hier? Okay, folgen wir dem mal. Reden mit Seeker, okay. Ah, Lohnung. Mach auf den Humpen da. Bestimmt Schillinge. Jawohl. Erstmal gucken. Komm ich noch nicht hin. Oh, hier kann ich. Oha. Oha, oha, oha. Mit der Bekannte. Ich geh jetzt mal hier rüber. Gibt so viel zu tun. Ich möchte das gerne machen. Geil. Wer seid denn ihr? Irgendwas wird hier noch ge... Irgendwie kann ich euch... Jetzt seid ihr doch an irgendwas gebunden. Muss irgendwie die Nebel loswerden. Alter, einiger. Look to move. Okay. Hey. Weck ein Tier. Aha. Nicht erstmal noch was, das möchte ich haben. Kann ich damit den Weg freiräumen? Stimmt. Jetzt gucken wir uns erstmal hier einmal um. Als würden wir was Schönes haben. Leder. Und eine Kiste. Ja, gibt es hier noch irgendwas hier oben? Nö. Hier. Ein leckerfaltiger Pilz. Ah, da war ein Weg freigeräumt. Kann ich mit dir irgendwas machen? Jo. Reveal yourself! Ich bin bereit. Okay. Komm. Okay, okay, okay. Okay. Oh, die hat ne Flakon rein, Junge. Na komm. Na so nicht mein Freund. Ja, schön, Tech Team. Naja, dich krieg ich noch. Oha. Na. Das kann ich auch, Kumpel. Das kann ich auch. Na komm. Oh Gott, weg. Das hat gepasst. Das war gut. Jawoll. Das hat sich echt gelohnt. Ah, langsam bin ich ein bisschen wärmer mit dem Kampfsystem. Definitiv. Hier habe ich alles. So. Wie sieht es auf der Karte aus? Ich habe immer so viel zu tun. Ich befinde mich da oben. Die Elite habe ich ausgelöscht. Ich muss hier irgendwie rein. Okay. Letztes Marschlager. Das muss aktiviert werden. Ist da drinnen. Da komme ich nicht rein, weil das Tor... Ich muss da wahrscheinlich einmal irgendwie rum. Gehen wir zurück. Aber egal, wir haben die Elite ausgeschaltet. Haben wir wieder einen Punkt mehr, den wir irgendwo reinschmeißen können. Das finde ich gut. Hier ist wieder zu... Das schreckt mich nicht so, Kumpel. Leichen aus dem Pilze wachsen. Nahhaft. Ah, das Zeug nehme ich gerne mit. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Oder? Nee, hier geht es nicht weiter. Ich muss ein Stück hoch. Was klingt. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist einfach Spektralitätis. So. Muss es doch irgendwas geben. Held voller Toter und ich kann nichts machen. Kann ich die Karte nochmal so aufrufen? So als Shortcut. Nee, völlig falsch. Muss auf jeden Fall nochmal hin. Nur wie in den Wald. Da muss ich auch nochmal hin. Essel. Verschlossen. Zwischen Lagerfeuern kann ich hier hinterher reisen. Das ist gut. So, jetzt bin ich hier vorne. Und hier runter? Nee, ich muss aber irgendwie hier dran vorbei. Da liegt was. Irgendwas zum Abschießen? Okay. Beschießen kann ich nicht, wa? Ich muss mich so nicht runter. Jetzt einmal gucken, ob es hier irgend... da eventuell hoch an der Kante... da eventuell hoch an der Kante... da eventuell hoch an der Kante. Ich seh da was. Ha. Das war echt gut versteckt. Erstmal auf den Humpen hier. Was wir so finden. Hier ne Menge Zeug. Na, so wirklich sicher sind wir noch nicht, ne? Ja. Na, das kriegen wir hin. Erstmal plündern. Sumpf, äh, sumpf, sumpf. Okay. Warte. Guck mal, die Liter haben wir. Hier ist noch eine Menge Zeug. Ich bin ja schon mal drinnen. Na, okay. Gucken wir uns das mal an, was das Feuer uns zu bieten hat. Und gerade hier wieder irgendwas zurück verbessern. Hm. Inventar. Was können wir jetzt verbessern? Oh, mal die Knifte. Amulett. Äh, mit einem Schlagangriff besiegt wird, wären Geisterpunkte. Wird jetzt 5% weniger schaden? Zorn. Zorn. Zwei Zorn, zwei Weisheit, ne? Äh, Ausdauer geht runter. Hier geht Ausdauer sogar hoch. Auf zwei Zorn. Möchte das gern haben. Ja, die rüsten wir erstmal aus. Ah, ah, fehlen mehr Leinen. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? Ein Ring. Da ist 5% weniger Schaden. Das macht schon mehr Sinn, ja. Perfekt. Sonst noch irgendwas? Ich bin ganz gut so weit ausgerüstet. Äh, Entwicklung. Okay. Joa. Ähm. Ausruhen. Wir ruhen uns jetzt erstmal wirklich aus, ja. Okay. 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 Ja. Ich hab noch so viele Sachen zu erkunden in dem Spiel. Erstmal folgen bei der Geschichte. Ne, hier komm ich nur wieder runter. Ah, machen wir auf den Laden da. Na dann. Ich glaub damit laden wir die Geister hier ein, wa? Nicht schlimm. Oh, Shortcut. Ah, hier ist eh nicht mehr viel zu retten. Oh mein Gott. Oh. 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 Ne, das wollte ich nicht. Tippisch. Run, red. noch so ein Na komm. Na? Kannst bestimmt ein Seeker werden. Hier schmelzt sich deine Eingeweide. Hier. Das parieren muss ich echt nochmal üben, ne? Hier, da komm ich so nicht rein. Ich will da aber rein, da gibt's Zeug. Ich will da rein. Was war denn hier? Da muss ich auch noch auf das Zeug achten. Hm. Wie komm ich da rein? Was ist drinnen, was ich haben will? Ja, da. Jetzt komm ich rein. Oh mein Gott. Bin so ein Tüftler. Was ist das? Was ist das? Ja. Das waren nicht die letzten. Das waren definitiv nicht die letzten Gegner. Ich glaub das machen wir in der nächsten Folge, wa? Oder machen wir das jetzt mal schnell? Wir machen sie in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.